moin ladies and gentlemen ich darf euch wieder recht herzlich zum kleinen projekt video begrüßen und ihr seht wir sprechen heute mal wieder über die vfc hkm 110 a1 wer das review damals gesehen hat sehr teuer das modell damals uvp 850 euro mittlerweile bekommt man sie bei einem shop sogar für 790 mark schon 60 euro günstiger dennoch muss man sagen es gibt ein paar punkte da müssen wir heute noch mal darüber sprechen so kompatibilität war ein großes problem gerade gearbox haltbarkeit für so eine sdmr oder für eine dmr original vfc gearbox naja 1,5 1,6 ist in ordnung mehr würde ich der gearbox nicht zutrauen auch thema hop-up und hop-up kompatibilität leider auch nicht gegeben müssen wir uns auch anschauen und diese ganzen punkte innen drin von der technischen seite schauen wir uns einfach mal im detail zusammen an worauf müsst ihr achten wenn ihr das modell wirklich lange aktiv spielen wollt oder eben das ding irgendwo auf dem schießstand mitnehmen und sagen wir mal mit zwei juli irgendwie auf scheiben schießt oder auf dosen schießt oder whatever denn hier wie gesagt da war das modell auto der box für den doch recht hohen preis nicht wirklich gut dafür geeignet müssen wir uns anschauen so bevor wir diese ganzen technischen das ganze technische gedöns einmal durchsprechen möchte ich ebenfalls noch ein paar punkte zum review damals ergänzen die ich damals noch nicht wusste so ihr habt vielleicht gleich ein tag oder zwei tage nach meinem review habt das vielleicht bei den shops langsam gesehen magazin bei uns in deutschland vfc m 110 magazin 90 euro für ein bisschen plastik 90 leute zeit bloß nicht so saudumm und kauft das ding in deutschland never ihr geht zur wgc bestellt euch vier stück bei wgc für den preis von einem was ihr in deutschland bezahlt die dinger kosten 25 euro im ausland warum kosten die bei uns 90 leute es geht so nicht wir müssen irgendwie schauen dass wir denen händlern oder herstellern irgendwie klar machen dass das nicht funktioniert also kauft ihr auf keinen fall in deutschland die sollen alle auf den magazinen sitzen bleiben keiner soll die dinger verkaufen bei uns damit sie schnallen her okay das geht so nicht also wie gesagt brutal überteuert meiner meinung nach sogar abzocke 90 euro für ein plastik magazin wie gesagt schaut im ausland schaut bei wgc da bekommt ihr die 28 magazine her auch mit dem coyote boden unten dran für 25 euro stück kauft euch vier stück und fertig so und der nächste punkt ist was ich leider auch nicht wusste denn ich habe mir auch damals die videos von der shot show nicht angeschaut bei der ausländischen oder bei der asiatischen variante liefert vfc das modell direkt mit einem gate aster aus für 460 us dollar mit einem gate aster wir in deutschland bezahlen 850 und es ist kein gate aster drin bedeutet hier wurde geld gespart aber dennoch im preis erhöht und auch das verstehe ich nicht ganz warum macht man bei uns in deutschland das gate aster raus man lockt das ding auf semi only und verkauft das ding für 850 euro mit dem gate aster drin also auch hier muss ich sagen da haben es leider leute im ausland wieder deutlich einfacher und deutlich günstiger wie wir also wie diese ganze preisstruktur da zustande kommt verstehe ich leider nicht ganz soll jetzt ich schweife ein bisschen ab dann seht ihr hier oben habe ich mir ein tango 6 bestellt da werde ich heute aber nicht darauf eingehen denn hier mache ich euch ein separates video drüber ist auch meiner meinung nach das einzige lpwo was da drauf gehört haben viele von euch haben sich auch schon eins bestellt sauteuer aber sehr sehr gut muss man sagen wie gesagt ich mache euch die nächsten tage ein extra video drüber dann durchleucht dann durchleuchten wir mal dieses lpwo im detail also leute macht euch vielleicht ein bierchen auf es wird trocken es geht um die technik let's go also leute geben wir es an ganz gemütliches technik video vfc umarex hkm 110 und das wird auch wieder so eine aufteilung von unterschiedlichen bauteilen und natürlich auch später efcs system und hier auch wieder natürlich wenn ihr nur jetzt zum beispiel infos braucht zu dem geilen peron hybridsystem mit dem klick system dass ihr also druckpunkt am abzug habt dann kapitel und in der video beschreibung schaut euch nur das an was euch letztendlich interessiert wenn am abend irgendwas nebenbei laufen lassen wollt dann könnt ihr euch natürlich gerne das gesamte video anschauen beginnen wir dieses projekt video zunächst mal mit der gearbox shell und hier habe ich euch vor circa zwei wochen bereits so ein kleines spontanes video aufgenommen zu der gate ion cnc gearbox die seht ihr jetzt ebenfalls hier liegen habe ich euch eben angesprochen die gearbox wurde mir von gate für dieses projekt zur verfügung gestellt war aber leider nicht wirklich kompatibel bedeutet gerade im vergleich zur retro arms vfc v2 gearbox doch einige punkte wo geht oder wo ich verbesserungspotenzial seitens gate sehe jetzt habe ich mir im nachhinein bei wss berlin noch mal eine retro abends bestellt für vfc war eine lieferbar war die letzte für ja für 129 euro ist schon relativ teuer war aber im vergleich zu anderen shops wo sie lieferbar war noch am günstigsten bedeutet wenn ihr irgendwo noch eine vfc gear box eine retro abends gear box sucht für vfc bekommt also erstens mal nur sehr sehr schlecht her oder bezahlt dafür teilweise 160 euro so ich schweife ein bisschen ab ihr seht aber jetzt liegt hier nochmal die gate ion gearbox und ihr seht vielleicht auch jetzt passt sie denn am abend am folgeabend der aufnahme zu dieser gearbox habe ich noch mit einem befreundeten büchsenmacher gesprochen habe ihn das problem mal geschildert und er meinte schickt mir das ding mal her er schaut es schaut sich das ganze mal an jetzt habe ich sie nach zehn tagen zurückbekommen er hat das ganze angepasst und gefräst ein bisschen daneben muss ich sagen aber ich möchte nicht meckern denn ich habe sehr wenig geld dafür bezahlt bedeutet es wurde hier vorne das hat er geil gemacht hat er gut gefräst bedeutet hier war ja die gearbox standardmäßig hier im winkel quasi hochgezogen dass eben der ja der verschlussfang hebel später nicht mehr kompatibel ist und nicht mehr reinpasst bedeutet das hier wurde einmal gefräst jetzt und ebenfalls die aufnahmen für das beidseitige feuerwahl hebelsystem bedeutet für das zahnrad system das wurde auch nochmal gefräst so und hier muss ich aber leider sagen oder ihr seht das hat er leider nicht ganz so geil gemacht denn das ist jetzt leider kein loch mehr sondern das ist eher ein langen loch oder ist ein bisschen oval wie gesagt ich möchte nicht meckern es müsste rein theoretisch dennoch funktionieren denn das ganze wird ja eh über den feuerwahl hebel später von außen nochmal im receiver geführt und zentriert also sollte das kein großes problem sein warum ich das ganze jetzt ansprechen natürlich für deutschland wichtig ihr dürft selbst an einer gearbox nicht spanend bearbeiten bedeutet ihr müsst es irgendjemanden machen lassen der eine waffenherstellungs genehmigung hat wenn ihr auch umbauten macht für hpa oder sowas also SAEG auf hpa wendet ihr euch an björn also an fitzner waffen oder wendet euch an micha von gsp die können euch das umbauen die können euch das neu zulassen und dann seid ihr immer auf der sicheren seite für österreicher schweizer oder zuschauer aus anderen ländern bei euch ist das eben nicht der fall bedeutet bei einem österreicher wenn ihr jetzt selber irgendwie euch ein bisschen auskennt ihr könnt auch selber problemlos spanend bearbeiten wir in deutschland halt leider nicht dementsprechend muss man immer den weg über den büchsenmacher gehen wenn man irgendwas spanend bearbeitet so also ich habe das ganze anpassen lassen das sieht jetzt schon ganz gut aus ich habe es auch ganz grob mal zusammen gesteckt müsste müsste rein theoretisch funktionieren kurz zu den problemen nochmal falls ihr das video nicht gesehen habt zu dieser gearbox wie gesagt hier vorne geht die gearbox standardmäßig im winkel nach oben bedeutet viel zu viel material dran dementsprechend kein bolt catch lever kompatibel egal bei welchem modell das funktioniert standardmäßig leider nicht dann auch die bohrungen sind seiten oder der lagersitzes seiten skate leider nicht sonderlich gut die bohrungen sind 8 mm bis 8,05 mm im durchmesser bedeutet egal welche stahllaufbuchs oder kugellage ihr einsetzt die fallen euch automatisch wieder raus sitzen also nicht wirklich press dann muss gate nacharbeiten und die passung etwas enger fertigen in zukunft dann eben auch diese ja diese senkung oder diese fräse eben für die zahnräder die ist standardmäßig zu klein vfc benötigt 6 mm die wand standardmäßig 5,5 5,5 oder 5,6 bedeutet ihr habt dieses zahnrädchen hier einfach nicht reinsetzen können finde ich ein bisschen schade habe ich auch alles bereits an gate übermittelt bin ich mal gespannt ob es bei der nächsten batch dann entsprechend angepasst oder geupdatet wird so also so viel zur gearbox dann lasst uns gleich weitermachen eben mit den lagern wenn wir jetzt gerade schon über den lagersitz gesprochen haben hier verwende ich letztendlich wieder meine standard konfiguration welche auch problemlos sage ich mal für eine 150er feder im ausland geeignet ist bedeutet am sektor gear verwende ich cnc stahllaufbuchsen 8 mm an beiden seiten also oben und unten am spur gear dann nur im unteren bereich eine stahllaufbuchse oder ein gleitlager letztendlich im oberen bereich wo dann eben weniger last drauf kommt beim spur gear dann ein 8 mm keramikugel lager und am bevel gear unten genau andersrum bedeutet beim kegelrad im unteren bereich 8 mm keramikugel lager und im oberen bereich 8 mm stahllaufbuchse oder gleitlager bedeutet hier wieder die standard konfiguration und ist eben auch für stärkere federn letztendlich geeignet der innere aufbau von der gearbox ist sauber gefräst von gate da können wir überhaupt nicht meckern es passt alles wunderbar rein alles kompatibel auch von außen dann später die selector plate ist sauber und ihr habt natürlich wie bei der retro arms cnc gearbox ebenfalls ein paar kleine nette features wenn man sie benötigt bedeutet ihr könnt hier seitlich später sehen wenn ihr zum beispiel upper und lower receiver voneinander trennt könnt ihr hier letztendlich euren pre cock sehen bedeutet wenn ihr später auf das efcs ein pre cocking einstellt also eine vorspannung könnt ihr hier letztendlich kontrollieren wie weit wird denn mein piston letztendlich vorgespannt auch den aoe könnt ihr kontrollieren ist jetzt zwar relativ unsinnig von außen normalerweise macht man das beim zusammenbauen im inneren bereich aber ihr hättet hier eben so eine kleine ja so eine kleine eine kleine fräse und ein kleines loch drin wo ihr eben den den aoi einmal ansehen könnt weitere nette kleine features finde ich zum beispiel hier unten auch wieder schön gefräst für die kabel ein schöner kabelkanal dass eben die kabel nicht übers pinion hier irgendwie beschädigt werden hier hinten noch mal ein langloch drin oder eine fräsung um das ganze system zu entspannen bedeutet ihr könnt einfach den anti reversal später über den schraubendreher einfach runter drücken aushaken damit sich das system wieder entspannt also das ist alles von der qualität und von der passgenauigkeit wirklich klasse ein kleiner punkt den ich bei retro arms aber zum beispiel noch ein bisschen besser finde ist das nut und fede system denn ihr seht zum beispiel gate verwendet hier gerade hier im oberen bereich und hier vorne kein nut und fede system bedeutet ihr habt letztendlich nur hier wo die schraube rein kommt hier nut und fede system und ebenfalls hier hinten ein nut und fede system wenn ihr das mal vergleicht mit der retro arms die hat hier hinten hier oben nochmal nut und fede und auch hier vorne nochmal so ein kleines nut und fede system bedeutet die beiden hälften werden dann hier vorne nochmal über das nut und fede system schöner schöner gehalten oder schöner zusammen zusammengeführt letztendlich so lastet letztendlich alles nur auf den schrauben bedeutet die last überträgt sich auf die schrauben und die gearbox hälften können hier vorne minimals ein bisschen aneinander so vorbei rutschen wie gesagt das fand ich auch bei gate noch ein kleines bisschen ein kleines bisschen besser so und abschließend können wir dann bei der gearbox noch kurz über den spring guide sprechen auch das habe ich euch bereits in dem letzten video angesprochen auch hier sehe ich ein bisschen update potenzial seitens gate denn ja es ist schön die flügel oder die wings hinten am spring guide sind schön dick konstruiert da sind wir bei 2,5 mm dadurch drückt es aber den spring guide wenn er installiert ist relativ weit in die gearbox rein bedeutet nach vorne das seht ihr dann auch von hinten da habt ihr so einen kleinen versatz dann noch bedeutet der gesamte spring guide könnte eigentlich nochmal um 0,5 mm weiter nach hinten wandern und da müsst ihr dann eben aufpassen denn dadurch ist diese gearbox nicht zu allen pistons kompatibel bedeutet ich habe fünf pistons getestet einmal jeweils durchgedreht und die meisten pistons bleiben immer hinten am spring guide hängen bedeutet das verklemmt sich da hinten und der letzte zahn kann nicht aushaken letztendlich passt dann hier in die gearbox wirklich nur der retro arms rein der retro arms 14,5 zahnpisten alle anderen pistons die ich da hatte waren leider nicht kompatibel bedeutet auch hier müsste gate die flügel nochmal um 0,5 mm etwas dünner machen damit eben der spring guide leicht nach hinten noch wandern kann auch das habe ich bereits an gate übermittelt lasst uns nun weitermachen mit dem thema efcs system habe ich euch vielleicht vorhin schon kurz angesprochen im opening oder in der einleitung es ist hier letztendlich eine sdmr und ich möchte ganz gerne bei dem modell ein bisschen so einen druckpunkt haben und da habe ich jetzt schon seit längerem vom jakob beziehungsweise von perun des perun hybrid v2 da also als efcs system und das ganze aber in kombination dieses klick systems und das möchte ich euch eben noch mal kurz im detail erklären bedeutet ihr habt letztendlich das ganz normale perun hybrid efcs system bedeutet diese kleine ja diese kleine elektronik und dieses kleine efcs system welches eben wie der name schon sagt als hybrid ist bedeutet ihr habt letztendlich eine kombination aus einer lichtschranke für die zyklen überwachung und der abzug wird über einen magnet näherung schalter wahrgenommen bedeutet ihr könnt auch problemlos euren abzug konfigurieren ebenfalls benötigt ihr für die konfiguration von impero nicht irgendwie ein dongle ihr benötigt kein usb anschluss oder whatever bluetooth oder oder keine ahnung was sondern wir können das ganze ganz bequem über den abzug konfigurieren wie gesagt das kennt ihr alles bereits ist ein sehr sehr gutes effcs system lässt sich gar nicht meckern wirklich klasse und ebenfalls der kleine vorteil was ich beim perun hybrid sehr schön findet ihr könnt auch wenn es sich natürlich hier um die deutsche variante handelt bedeutet semi only full auto komplett deaktiviert könnt ihr dennoch die jetzt perun je nach feuerwahl hebel position anders konfigurieren bedeutet ihr könntet zum beispiel hergehen und könntet auf safe zum beispiel oder auf semi könnt ihr zum beispiel einstellen okay ich habe auf semi von mir aus eine ab auf stufe 2 ohne precocking und trigger sensitivity auf stufe 3 ohne precocking bedeutet ihr habt ein ganz normal laufendes system die ab arbeitet der piston wird sauber abgebremst gleichzeitig wiederum könnt ihr das ganze aber dann auf full auto genau anders konfigurieren bedeutet natürlich das ding schießt dort dennoch nur semi aber ihr könnt ihr dann hergehen und könnt ihr das modell dann so konfigurieren dass es im full auto zum beispiel die ab komplett deaktiviert es precocking auf stufe 3 oder 4 und die trigger sensitivity noch weiter runter und dann habt ihr letztendlich zwei unterschiedliche ansprechverhalten oder zyklen zeiten je nach feuerwahl position ihr könnt also sagen im normalen semi betrieb schone ich das system ein kleines bisschen wenig precocking kleines bisschen ab drauf vollkommen in ordnung und dann sage ich auch full auto da eben ab aus volle rotte precocking und dann ist halt das ding zusage ich mal 50 60 prozent vorgespannt und habt dementsprechend deutlich schnelleres ansprechverhalten könnt also hier alles letztendlich je nach feuerwahl position konfigurieren kennt ihr aber schon bereits habe ich schon mal ein video darüber gemacht über dieses perun hybrid zeige ich euch vielleicht später noch mal wie ihr das ganze eben konfigurieren könnt über diese kerne über das kärtchen was da dabei ist wie gesagt geht alles letztendlich über den abzug so hier soll es aber gar nicht so stark über das über das hybrid letztendlich gehen sondern ich möchte eher im detail auf das klick system eingehen und übrigens nicht wundern die kabel sind hier oder die isolierung ist hier nicht irgendwie beschädigt sondern ich habe mir die kabel hier einfach schön zusammengelegt mit isoband damit das ganze eben in der gearbox schön sauber ja verlegt ist denn gerade beim montieren perun verwendet gerade im vergleich zum zum beispiel zum begadi core oder auch zum gate aster oder titan verwendet perun hier ja relativ weiche silikon kabel und die können euch gerade aus der gearbox relativ zügig immer wieder immer wieder so hoch kommen und ein bisschen die bleiben einfach nicht so schön drin und entsprechend habe ich die einfach mit ein bisschen isoband umwickelt damit ich hier schön in der in der nut drin bleiben und nicht jedes mal wieder ja auch rausfallen letztendlich so schauen wir uns also das klick system an ihr könnt das ganze natürlich ganz normal einbauen bedeutet standardmäßig beim perun hybrid verbaut ihr auf dem abzug eben diesen kleinen magnet schalter beziehungsweise so eine kleine ja so eine kleine arretierung aus kunststoff und das magnet eingearbeitet und dieser magnet meldet letztendlich dem system wo ist der abzug und wie ist der abzug eingestellt oder konfiguriert so und jetzt gibt es eben auch die möglichkeit dass wir hier dieses klick system einbauen bedeutet dieses und ihr seht es passt von der passgenauigkeit wirklich traumhaft rein standard für v2 gearboxen und dadurch ist es euch einfach möglich ein etwas realistischen abzug in kombination eines fcs systems zu konfigurieren bedeutet wer jetzt kein fan ist irgendwie ins leere zu drücken über eine lichtschranke oder wer kein fan ist mit dem abzug irgendwie auf einen kleinen mikrotaster drauf zu drücken sondern wir einfach ein bisschen was realistischeres haben möchte mit einem druckpunkt mit einem etwas höheren abzugsgewicht dann ist genau das das richtige für euch und es bietet sich einfach in diese m110 an das system hier zu installieren so ist relativ geil aufgebaut muss ich sagen bedeutet es einfach den bekommt er fertig montiert das ist der ganze kunststoffblock hier und da ist letztendlich hier vorne ein neodyn magnet eingearbeitet und und hier eben eine magnetische schraube und wenn ihr jetzt am abzug drückt dann drückte den abzug letztendlich hinten auf den umlenker drauf und dieser wiederum läuft auf die schraube bedeutet wenn ihr dann auf den abzug drückt dann müsst ihr erst den widerstand von diesen neodyn magneten einmal überwinden und das ist einfach geil bedeutet ihr habt einen schönen druckpunkt ihr steht dann hier hinten mit dem abzug schön an habt einen schönen druckpunkt dann habt ihr eben auch dieses dieses klicken wie bei einer gbb oder wir halt bei einer scharfwaffe und ebenfalls ist es euch eben möglich dieses abzugsgewicht über dieses klick system einzustellen beziehungsweise zu konfigurieren bedeutet wenn ihr mal hier so schräg ich weiß nicht ob man das erkennen kann aber ihr habt hier innen drin seht auch in der anleitung dann wenn das installiert ihr habt hier innen drin einen kleinen gewindestift braucht dann im bus und mit diesem gewindestift könnt ihr letztendlich den abstand von dieser schraube zu diesem neodyn magnet einmal einstellen bedeutet wenn ihr den weiter rein schraubt dann drückt ihr letztendlich die schraube etwas weiter weg könnt ihr ganz ganz fein justieren letztendlich und wenn ihr mit der schraube weiter weg geht ist letztendlich das abzugsgewicht und das klicken ein kleines bisschen geringer ihr könnt aber auch her gehen und könnt die schraube relativ weit rausschrauben und dann habt ihr letztendlich entsprechend ein sehr hohes abzugsgewicht bedeutet ihr liegt dann mit der schraube komplett auf und müsst dann deutlich stärker den abzug einmal betätigen oder einmal drücken bedeutet das abzugsgewicht ist eben etwas höher und ich denke gerade für ja für airsoft spieler die eben auch im real steel bereich unterwegs sind und vielleicht einfach eine airsoft hernehmen und ein bisschen üben oder ein bisschen spaß zu haben denke ich ist das ein wirklich sehr interessantes system gefällt mir also deutlich besser wie zum beispiel das cheftron system wo sie einfach oben so eine ja so ein blech angebracht hatten wo man einfach mit dem abzug über dieses blech drüber rutscht das war nicht ganz so geil also hier muss ich sagen respekt peron das haben sie wirklich super gemacht und auch die passgenauigkeit ist hervorragend so und jetzt kommen wir eben dann zum punkt vom abzug jetzt benötigt ihr natürlich für das klick system benötigt ihr eben nicht mehr oben wie beim hybrid diesen magneten denn letztendlich ist das ganze bereits hier in diesem blog integriert bedeutet das zeug könnt ihr euch alles sparen jetzt braucht er letztendlich handelsüblichen v2 abzug oder halt je nachdem irgendein standard abzug und hier bin ich jetzt zum beispiel her gegangen und habe mir von begaddy diesen neuen cnc trigger bestellt in der in dieser winkelversion bedeutet hier angelt version und hier ebenfalls ein kleiner vorteil den könnt ihr auch wieder ganz normal konfigurieren vorspannung einstellen oben am abzug zum safety lever konfigurieren dann für hp und noch konfigurieren das braucht man jetzt hier alles nicht denn natürlich safety lever hammer ekein drin denn wir haben hier eine elektronische sicherung aber hier haben wir jetzt eben den vorteil dass wir den abzug ebenfalls über den gewindestift noch etwas weiter weiter vorstellen können bedeutet standardmäßig mit einem standard abzug der nicht zum einstellen ist habt ihr ganz normal ein gewissen abzugs weg von circa vier bis fünf millimeter bis zum druckpunkt bedeutet der weg den ihr zurücklegen müsst bis der abzug hier innen drin an diesem klick schieber einmal anliegt und das wollte ich noch ein bisschen reduzieren und ein kleiner ebenfalls ein kleiner vorteil von dieser neuen version von diesem ja von diesem cnc trigger wenn ihr den einstellt bleibt er dennoch gerade bedeutet ihr seht jetzt zum beispiel wartet mal ich kann euch das vielleicht ohne dem klick ein bisschen schöner zeigen der die standard abzüge sind ja immer gerade bedeutet die gehen ganz normal gerade runter dann stellt dann baut ihr die rein dann habt den geraden abzug wenn ihr den dann aber vorspannt oder die vorspannung einstellt dann wiederum neigt sich der ganze abzug nach hinten und das ist jetzt eben hier bei dieser angle version oder bei dieser winkelversion von diesem abzug nicht mehr der fall bedeutet wir können das ganze jetzt eben mit die vorspannung einstellen über die hintere schraube und dann ist aber der abzug dennoch schön gerade da er eben standardmäßig übertrieben nach vorne steht bedeutet vorspannung einstellen und schon ist das ding wieder gerade und jetzt habe ich mir das über diese kleine schraube hier hinten eben so eingestellt dass ich relativ nah an diesem ja an diesem klicker dran liegt bedeutet ich habe dann letztendlich wirklich ein minimals noch spiel auf dem abzug und bin dann direkt am ja am druckpunkt von diesem klick system schon dran und es funktioniert einfach geil das sage ich euch später noch mal macht unheimlich viel spaß dieses ding letztendlich zu schießen wie gesagt ein bisschen ja so ein bisschen real steel abzug oder gbb abzug in einer saeg haben sie geil gemacht eine kleine ergänzung noch falls ihr probleme haben solltet oder wo ich auch probleme hatte und zwar ihr müsst natürlich auch bei dem perun hybrid hier einmal diesen aufkleber auf die selector plate innen drin aufkleben damit die seitlichen sensoren letztendlich die feuerwahl position finden damit letztendlich auch die sicherung korrekt arbeitet hier bin ich zunächst standardmäßig vorgegangen wie in der anleitung bedeutet ihr habt natürlich mehrere sticker bedeutet ihr habt die standard sticker dabei und ihr habt ebenfalls die sticker für ICS so und standardmäßig sollt ihr den aber auf die kante kleben bedeutet ich bin dann hergegangen und habe die diesen sticker an die hintere kante angelegt bedeutet der weiße balken war hier hinten angelegt dann wiederum ging aber meine sicherung nicht mehr bedeutet das ganze hat leider nicht mehr von der ausrichtung gepasst ihr habt letztendlich drei stück da ich bin jetzt bei der vfc also hergegangen habe noch mal neun genommen und habe den jetzt auf die vordere kante geklebt damit der balken der weise letztendlich ein bisschen weiter drin ist und dadurch einfach das modell sauber weiß oder das fcs sauber weiß wann bin ich in der sicherung wann bin ich auf semi wann bin ich auf dem nicht vorhandenen full auto modus wie gesagt hier ein bisschen aufpassen gerade wenn die tablet ein bisschen breiter ist wie der aufkleber damit ihr das richtig ausrichtet am besten einfach mal hinten auf die hintere kante kleben so wie es in der anleitung steht dann könnt ihr das auch im nicht zusammengebauten zustand schon einmal testen ob das funktioniert und wenn nicht macht dann noch mal runter und klebt den nächsten einfach auf die vordere kante drauf damit euer modell einfach sauber arbeitet dann lasst uns anschließend weitermachen mit den gears und mit der motor konfiguration und hier natürlich nicht überraschend es kommt wieder ein silver line gearset rein denn es ist einfach meiner meinung nach preis leistungsverhältnis einfach das beste gearset aktuell auf dem markt also ganz normal cnc gefräst aber ja 13 zu 1 bedeutet gerade für eine dmr relativ schnell untersetzt muss man sagen dementsprechend werde ich das ganze natürlich auch wieder mit dem mamba 19k von begadi kommen konfigurieren komme ich später noch mal dazu denn ich wollte eigentlich den standard vfc super high torque oder high torque motor drin lassen musste dann aber feststellen dass dann die ströme und die effizienz mit dem 13 1er gearse nicht mehr ganz so gut ist wie mit dem 18 1er bedeutet dementsprechend einfach noch mal kurz umgemodelt wie gesagt sprechen wir später beim motor noch mal im detail durch also ganz normales silver line gearset aber selbstverständlich das ganze voll mit einem 16 zahlen sector gear und es wird hier mit der verbauten tablet plate von lonex später wird kein delayer benötigt bedeutet ich fahre mit dem sector gear standard und auch der steuernocken für die tablet plate im standard gelassen ohne die layer oben drauf also ganz normal 13 1 silver line gearset das ganze sauber eingeschimmt nicht wundern ihr benötigt wieder relativ viele schirms bedeutet ich bin beim pinion zum bevel einstellung bin ich im unteren bereich des bevels bei 0,7 mm und obendrauf noch mal eine 0,3er dann beim beim sector bin ich mit bei 0,5 unten bei 0,6 oben und es spö hat 0,7 und 0,7 also 0,7 sektor 0,7 unten und 0,7 oben letztendlich wie gesagt relativ viel schimmen müssen also relativ viel schirms aufbringen müssen passt aber wunderbar rein und läuft sehr sehr sauber in dieser gearbox also das passt alles perfekt so dann kommen wir zum zylinder set hier gibt es ein paar kleine besonders oder lasst uns erst kurz über die tablet plate sprechen habe ich euch im review angesprochen bei der m110 oder allgemein schon öfters bei vfc modellen die original tablet plate von vfc ist leider nicht ganz so geil bedeutet die ist vom kunststoff einfach viel viel zu weich verbiegt sich stark dementsprechend kann die nozzle ein bisschen federn dichtet nicht immer 100 prozent zum bucking dann ab hier entsprechend ist es eigentlich nötig bei einer vfc eine deutlich bessere tablet plate zu verwenden hier nehme ich jetzt eine lonex die war jetzt einfach noch rumgelegen die hatte ich noch in der kiste wie gesagt die passt wunderbar wird über den nocken vollständig und sauber aufgezogen bis anschlag hinter und hat eben auch keine probleme irgendwie dass sie zu schnell löst oder zu früh löst dementsprechend brauche ich eben auch keinen delayer also wie gesagt eine lonex tablet plate könnt ihr hier verwenden oder halt auch eine von den von diesen begadi tablet plates die wurden ja auch mittlerweile angepasst sind jetzt noch robuster wie die erste batch oder wie die erste charge letztendlich hätte ich auch verwenden können aber wie gesagt ich nehme jetzt einfach hier mal die die lonex die passt da wunderbar einmal rein so jetzt da eben zylinder set da kommen wir jetzt erstmal zu den standard komponenten die da schon kennen müsstet eigentlich wie gesagt es ist ein retro arms pisten drin 14,5 zähne denn alle anderen pisten sind wie vorhin schon angesprochen eben hinten am spring guide angeschlagen und hat sich dann hier eben am letzten zahn verklemmt nur der retro geht mit ach und krach also das sind wirklich 0,2 mm wo das ding wirklich aushaken kann und hinten nicht in den spring guide klemmt dementsprechend eben aufpassen welchen spring guide nehmt ihr oder eben warten bis gate den spring guide eben überarbeitet oder angepasst hat so und piston head ist auch wieder ein ganz normaler begadi aus aluminium vorne so ein kleiner führungs ohrring damit es eben nicht reibt und scheuert und hinten für die abdichtung dann ein ganz normaler x ring einmal drauf hier auch wieder nur für einsteiger oder für neue zuschauer der punkt aufpassen bei solchen piston heads mit so einem x ring verwendet am besten zum schmieren des zylinders und des piston heads immer ein silikon öl und kein zu dickes oder zu zähes fett denn mir ist auch bei dem fps und bei den anderen pisten hätte es auch schon häufiger aufgefallen mit diesem x ring wenn ihr dann hier zwischen rein also zwischen der vorderen wandung und dem x ring wenn ihr hier zu viel fett rein bekommt dann saugt sich dieser ohrring oder dieser x ring der saugt sich dann beim zurückziehen an die vordere wandung hin und wenn ihr dann quasi oder wenn ihr nach vorne katapultiert wird dann dauert es einfach zu lang bis dieses bis diese x ring oder diese ja das fett letztendlich löst also der klebt dann richtig fest im vorderen bereich und dann bekommt ihr die kompression erst irgendwo ab der mitte vom zylinder also ich würde euch immer ein silikon öl empfehlen so wie ihr wie ihr hier einmal sehen könnt ist also innen drin komplett mit silikon öl geschmiert so zylinder natürlich edelstahl zylinder komplett type f also vollständig geschlossen was ihr dann nehmt ist euch überlassen es wischt ist alles das gleiche wichtig eben natürlich ihr braucht es maximale volumen und dementsprechend typ f also komplett ohne ja ohne loch drin so dann kommen wir zur wahl des zylinder heads und hier musste ich ein kleines bisschen rumtesten und ausprobieren denn ich hatte drei stück zur auswahl zunächst mal der erste punkt gate hat mir eben bei der gearbox direkt ihren protector zylinder head mitgeschickt bedeutet es ist auch ein ganz normaler zylinder head CNC gefertigt zwei ohrringe einmal drauf sitzt auch sauber in der gearbox vorne drin relativ ja ein langen loch letztendlich also der würde hier perfekt passen es sind auch falls ihr kleinere zylinder habt es sind auch noch mal dünnere ohrringe dabei denn zum beispiel die ohrringe bringe ich jetzt hier überhaupt nicht rein bedeutet die würde nur passen für einen 24 mm zylinder aber standard zylinder sind 23,8 mm innendurchmesser aber wie gesagt wer dabei könntet ihr austauschen jetzt allerdings ein punkt wo ich absolut kein fan davon bin und das ist das sorbo pad da hinten drauf denn ihr seht standardmäßig kommt der zylinder head von gate mit einem sehr sehr hartem sorbo pad das ist vielleicht 90er also das ding gibt so gut wie nicht nach und ist verklebt also kein nut und federsystem irgendwie zum austauschen zum stecken oder so nein mit sekundenkleber oder irgendwas einfach nur aufgeklebt und das zeug das hält wie solche bedeutet ihr müsstet hergehen mit einem scharfen messer müsst es runterschaben abschaben und dann das weiche sorbo pad was dann noch noch mal beiliegt müsstet ihr dann auch wieder mit kleber aufkleben und das ist ein problem da ist zum beispiel diese diese anderen sorbo pads zum beispiel von laylex oder von begadi die so eine so eine klebe folie drauf haben die sind da deutlich besser denn über die die auch die klebe folie kann eben sich oder kann arbeiten bedeutet kann ein bisschen auseinander gehen die kann sich ein bisschen dehnen und das ist bei kleber nicht der fall bedeutet wenn ihr das aufkleben mit sekundenkleber dann habt ihr hier unten einfach eine ultra harte fläche an kleber letztendlich und der gummi kann eben ja nicht mehr nachgeben und dann kann es eben auch passieren wenn es ganz blöd läuft dass sich irgendwann der kleber löst dann löst sich das sorbo pad liegt euch dann irgendwann so im zylinder drin der aufprall kommt und ihr haut euch euer system kaputt also das ist auch so naja umgesetzt muss ich sagen also da gibt es meiner meinung nach bessere zylinder heads so und dann der nächste punkt dann hatte ich noch einen von fps da der wäre auch in ordnung hat aber ein relativ bescheidenes sorbo pad bedeutet ihr seht hier hinten der fps das ist übrigens einem harten sorbo aber das sorbo ist letztendlich brutal hart und auch nur der aufprall im äußeren bereich bedeutet letztendlich wenn der aufprall kommt überträgt sich das nicht irgendwie in eine große gummifläche dass der schock absorbiert werden kann sondern ihr prügelt wirklich nur hier außen auf die dünne fläche drauf wird sofort aus aluminium übertragen und entsprechend bringt euch eigentlich so ein sorbo pad so gut wie überhaupt nichts würde aber natürlich diese gearbox problemlos wegstecken denn das ist natürlich 70 75er alu jetzt hatte ich aber mit dem noch ein kleines problem denn fps verwendet hier leider keine langlöcher bedeutet sind ganz normale bohrungen und vorne so ein sehr sehr harter puffer o-ring einmal drin so ein puffer pad letztendlich drin so und das passt leider zu dieser gearbox nicht sonderlich gut bedeutet ihr müsst es mit so viel gewalt und kraft da rein prügeln und rein pressen da passen irgendwie diese aufnahmen hier innen drin die passen nicht wirklich gut zu diesem zylinder head und ihr seht auch hier vorne ist so eine phase die ist schon ein bisschen vermackt denn ich habe dann mit ach und krach versucht irgendwie die gearbox zuzukriegen keine chance also auch hier nicht ganz so geil da hätte fps gerne das loch ein bisschen länger fräsen können damit das ganze eben ein bisschen kompatibler ist da muss ich jetzt vielleicht nochmal einen kleinen punkt ergänzen was geht bei dieser gearbox auch auf der webseite schreibt was auch nicht ganz korrekt ist denn ihr kennt vielleicht das problem oder wer schon länger im airsoft oder sich mit technik ein bisschen auskennt weiß bei solchen bei solchen zylinder heads die vorne noch mal so ein extra puffer ring eingearbeitet haben ist es unbedingt nötig eben seitlich lang löcher zu haben denn natürlich wenn der aufprall vom pisten kommt dann gibt der o-ring hier vorne oder dieser puffer ring gibt nach bedeutet ganze zylinder hat wird minimals nach vorne gedrückt und wenn dann hier keine lang löcher drin sind sondern nur ganz normale bohrungen dann reißt ihr euch umgehend diese beiden bolzen hier oder diese beiden stüfte reißt ihr euch sofort kaputt also die brechen euch sofort weg natürlich in dem fall ist das ganze nicht kompatibel wenn man jetzt aber her geht und nimmt eben so einen zylinder hat mit einem puffer o-ring oder mit einem puffer fläche welche eben seitlich lang löcher hat dann passiert das ganze eben nicht bedeutet der passt sauber rein und er kann eben nach vorne ganz leicht ein bisschen gepuffert werden ohne dass ihr eben belastung auf diese zapfen drauf bekommt so und jetzt habt ihr es eben gerade schon gesehen aufgrund der passgenauigkeit und aufgrund der langen löcher und des schönen großen sorbos gehe ich einfach wieder auf diesen blauen begadi zylinder hat mit zwei o-ringen der passt auch sauber einmal zu dem ja zu diesem zylinder letztendlich und der liegt da einfach schön sauber einmal dringen nur hier müsst ihr eben aufpassen wenn ihr jetzt eben so einen verwendet ihr seht er hat zwar hier vorne einen schönen harten o-ring eingearbeitet wenn ihr aber jetzt das modell sage ich mal standardmäßig mit so einem zylinder hat auf dauer mit 2,5 joule oder sowas betreibt dann werdet ihr diesen o-ring kaputt machen bedeutet natürlich er wird so oder so wird er ein bisschen platt werden auf dauer aber wenn ihr einfach zu viel energie die ganze zeit drauf gebt dann drückt sind irgendwann so weit zusammen dass der zylinder hätten ganz kleines bisschen raus wandert und dann kommt eben auf die gearbox an welche gearbox ihr habt denn wenn die gearbox dann nicht problemlos standard maße hat dann wandert euch der vielleicht 0,2 aus dem zylinder raus und entsprechend kann euch dann hier unten die tablet plate nicht mehr vollständig zurückfahren bedeutet die bleibt dann am zylinder hat hängen also hier wie gesagt der zylinder oder solche zylinder hat im allgemeinen finde ich sehr sehr gut gerade mit diesen lang löchern das passt aber eben nicht übertreiben von der energie 2 joule würde ich sagen absolut kein problem und es kommt eben auch immer auf die gearbox ein kleines bisschen an so also so das ist so die standard zylinder gruppe und das zeug dichter natürlich super ab also ich halte hier vorne einfach mal zu und ihr seht der die kompression kommt sofort von hinten also ohne irgendwie dass der piston erstmal irgendwie keine ahnung zentimeter rein fährt oder 20 und dann 20 mm und dann abdichtet nein sofort hinten kommt sofort der kompressions aufbau also das passt super so und jetzt gibt es was neues habe ich auch gestern erst per post bekommen und zwar neue nozzle von begadie jetzt wollte ich eigentlich standardmäßig wieder so eine ganz normale grüne alu nozzle einmal verwenden oder verbauen aber es gibt jetzt auch tight fit nozzle nennen sich die so und da habe ich jetzt eben mal eine kehr genommen mit einer länge von 21 millimeter und da muss ich euch sagen die macht bis jetzt echt einen absolut geilen eindruck so und zwar folgen der punkt wie gesagt ich wollte eigentlich eine ganz normale grüne nozzle verwenden aus alu mit zwei ohrringen einmal drin die passt hier natürlich auch wunderbar einmal auf den zylinder hat einmal drauf allerdings gibt es hier immer wieder das phänomen oder die probleme je nachdem auf welchem zylinder hat verwende ich denn diese nozzle denn irgendwie kriegt es kein hersteller hin irgendwie ansatzweise die gleichen maße zu verwenden bedeutet egal wie viel zylinder hat ihr aus messt ihr werdet je hersteller werdet ihr immer feststellen dass ihr hier vorne einen abweichenden durchmesser von der aufnahme für die nozzle habt bedeutet manchmal ist es ein kleines bisschen größer der durchmesser manchmal ein kleines bisschen enger und ja natürlich diese alu nozzle die ist entsprechend nicht nur zu den begadie zylinder hat kompatibel sondern die passt einfach auch wunderbar auf andere zylinder hat von anderen herstellern bedeutet hier bei gate passt sie wunderbar drauf und ebenfalls bei fps passt die nozzle wunderbar drauf also ohne irgendwelche probleme dadurch aber ist diese nozzle vom innendurchmesser natürlich ein kleines bisschen größer so wenn wir uns das ganze jetzt mal anschauen und hier drauf installieren dann läuft die sauber aber man hat man kann immer wieder das problem haben dass wenn jetzt es mit cap magazin von unten zu stark mit den kugeln gegen die nozzle drückt dann drückt euch die nozzle ganz kleines bisschen nach oben da sie natürlich nur über die ohrringe geführt wird und der ohring kann einfach innen drin ein kleines bisschen nachgeben das kennt ihr zum beispiel auch wenn ihr irgendwelche cnc hop-up kammern fahrt und ihr haut durch das ding mal 20.000 schuss durch und baut es einmal auseinander da werdet ihr häufig sehen dass sie hier oben in der nozzle so kleine schleifspuren habt und es ist nichts gravierendes es ist auch nichts schlimmes es funktioniert dennoch aber um eben dieses problem zu reduzieren gibt es eben jetzt diese ja diese tight fit nozzle und ihr seht das ist keine alu nozzle sondern es ist eine cnc gefresste pom nozzle also nicht verwechseln mit irgendeinem schundlichen abs nozzle mit einer plastik nozzle nein das ding ist cnc gefertigt aus pom und hier ist das ganze eben nur passend speziell für diese begadi cylinder heads zum beispiel jetzt hier eben für den blauen und dann gibt es ja noch den ach den anderen für die v3 rot rot orange keine ahnung auf jeden fall gibt es nochmal ein so und die sind eben jetzt speziell nur dafür passend so und jetzt passt auf die haben eine toleranz von maximal 0,1 mm seht ihr das die läuft butterweich auf dem zylinder head ohne irgendwelches klemmen und hat in schussposition ein hauch also wirklich ein fitzelchen spiel wenn ihr das mal vergleicht mit der grünen alu nozzle schon deutlich deutlich reduzierter also super und entsprechend haben sie jetzt hier aber keine zwei ohrringe sondern nur ein ohrring natürlich das ding sitzt so pass genau da drauf dass da ein ohrring für die abdichtung locker ausreichend ist und der nächste vorteil natürlich die reibung wenn ihr jetzt eine alu hop up kammer habt eine cnc gefräste selbst wenn jetzt da die nozzle immer noch nach oben gedrückt werden sollte so um 0,1 mm oder dennoch oben leicht anlegt habt ihr einfach deutlich weniger reibung am alu wenn das ding aus pom ist oder aus kunststoff ist im vergleich zu aluminium natürlich alu auf alu reibt stärker wie kunststoff aus alu also hier jetzt eben so eine tight fit nozzle ich habe jetzt hier mal eine hergenommen mit 21 mm und die sollte wie vorhin schon geprüft eigentlich von der länge dann später perfekt zu meiner neptun hop up kammer passen wie gesagt das schauen wir uns dann später noch mal im detail beim thema hop up und vor allem hop up adapter an machen wir weiter mit thema federstärke und motor so ihr habt eben gerade mitbekommen es sind 13 einzelgears drin also für eine dmr sehr schnell untersetzt und dementsprechend könnt ihr euch natürlich denken von der federstärke wird hier nicht übertrieben bedeutet das modell ist auch bei der ptb mit zwei jules zugelassen dann hat auch jemand von casey tactical unter dem review kommentiert denen ihre modelle kommen sogar out of the box bereits mit zwei jules also irgendwie scheint es hier ein paar differenzen zu geben denn die meisten die ich gefragt habe da hat das modell standardmäßig immer 1.5 bis 1.6 vielleicht dichten die ein oder andere modell ein bisschen besser ab auf jeden fall gibt es sie eben auch mit zwei jules und höher möchte ich jetzt auch nicht gehen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher wie fast so eine federstärke ich brauche ich mache jetzt einfach mal eine 140er rein ist eine ganz normale begatte feder aeg feder m 140 sollte das zu viel sein wie gesagt muss ich mir halt noch mal eine 130er nachbestellen ich denke aber mal mit der lauflänge von 440 ja wenn man so 1 her 2 bis 0,1 mehr vielleicht so 2 2 1 sollte man eigentlich mit der 140er rausbekommen und sie wird sich natürlich wenn man ein paar mehr schuss abgibt ein kleines bisschen setzen bedeutet bei einer neuen feder lässt die energie nach den ersten 1000 schuss immer minimal ein kleines bisschen nach ist also ganz normal ja wie gesagt hier kommt eine 140er rein daher wir natürlich jetzt deutlich effizient arbeiten möchten eben noch mal thema motor habe ich euch jetzt vorhin schon mal ganz kurz angesprochen rein theoretisch war ich eigentlich der überlegung oder ich wollte eigentlich her gehen und wollte jetzt weiterhin den original vfc motor drin lassen denn ich habe euch am review gesagt es ist ein echt guter motor das ist ein neuer motor mit neodyn magneten hat viel drehmoment viel kraft und auch von der effizienz her war er in ordnung muss man sagen also da können wir gar nicht schimpfen der würde passen jetzt im nachhinein musste ich aber feststellen dass die ströme mit einem 13 1 gear set deutlich höher sind bedeutet wenn ihr das ganze mit zu schnellen gears wiederum unter starken feder kombiniert dann geht die effizienz von dem motor ein kleines bisschen in den keller bedeutet ich war da bei einem schuss zyklus bei 0,65 bis 0,7 milliampere stunden und das muss ich sagen das ist im vergleich zu anderen motoren doch sehr viel dementsprechend jetzt nochmals wieder zurückgegangen und eben wieder den mamba 19k reingemacht denn der arbeitet hier deutlich effizienter bedeutet das sei dabei 0,35 bis 0,4 milliampere stunden pro schuss zyklus also der arbeitet deutlich effizienter und auch das ansprechverhalten ist nochmal ein kleines bisschen zackiger ja wie gesagt wollt ihr jetzt nicht den motor tauschen und ihr wollt den original vfc motor drin lassen dann einfach hergehen und jetzt nicht mit einem 13 1 gear set arbeiten sondern kombiniert ihr das ganze mit einem standard 18 zu 1 dann kommt eben weniger last auf den motor und die effizienz geht wieder oder wird wieder etwas besser da die ströme eben bei der runter gehen also wie gesagt der vfc motor für 13 1 mit relativ starken federn nicht ganz so gut geeignet habt ihr andere knifften ganz normale 15 modelle mit 1,4 1,5 schule dann würde ich es auch mal probieren den motor mit 13 1 zu kommen zu kombinieren aber wie gesagt so im zweitschul bereich mit 13 1 eher nicht geeignet da eben die ströme recht hoch sind und der verbrauch ebenfalls hoch ist und abschließend lasst uns eins der wichtigsten themen durchsprechen und zwar natürlich thema hop up so ihr seht ich gehe natürlich bei dem modell auch wieder auf eine neptun habe ich euch auch im review gesagt es wäre einfach angebracht bei so einer sdmr ja auf dem r hop zu gehen ich meine standard hop up so wie die knifte kommt könnt ihr mit 0.28 maximal betreiben das ist für so ein modell einfach ein bisschen ein witz muss man sagen bedeutet man braucht einfach die schweren bbs ich brauche die präzision und dementsprechend kommt man eigentlich nicht daran vorbei zumindest schon mal ein bucking und ein tensioner zu wechseln die hop up kann man sagen wir dahingestellt das muss jeder dann selbst entscheiden so wie beim g28 und wie bei der 417 damals auch habe ich mich wieder hingesetzt und habe letztendlich für das modell einen speziellen adapter konstruiert damit auch andere hop up kann man entsprechend kompatibel sind bedeutet wir haben auch wieder das problem vorne drin im upper receiver dass wir letztendlich ein adapter haben von gbb also diese verschlusswarzen auf eine aeg hop up kammer um die ist aber von vfc recht speziell die hop up kammer und dementsprechend bekommt ihr out of the box standardmäßig ohne irgendwie jetzt den adapter zu modifizieren bekommt ihr standardmäßig keine anderen hop up kammern rein gleichzeitig wenn ihr auch die original aufnahme oder den original adapter her nehmt werdet ihr ebenfalls feststellen dass andere hop up kammern dann wiederum doch relativ viel spiel drin haben da die flügel anders sind der aufbau ein kleines bisschen anders ist ist also alles suboptimal so also wie gesagt es ist eine neptun kommt rein auch wieder es volle programm habe ich mir hier bestellt einmal neptun dann hinten das expert kit damit er damit der durchmesser hier perfekt zu dieser ion gearbox letztendlich passt nicht rum wackeln kann dann habe ich vier schimm scheiben aufgebracht und das ganze wird kombiniert ganz normal mit dem 5 mm alu tensioner mit der mit dem weichen insert bedeutet der ja der weiche gummi letztendlich eingelegt oben in den tensioner und als bucking da ihr vielleicht vorhin schon gesehen habt diese neue tight fit nozzel ist nicht mehr wie die anderen begar die nozzeln vorne so abgerundet sondern hat eher ein bisschen eine phase dran und da habe ich jetzt mal eins von diesen neuen buckings getestet das ist dieses mh p5 heißt es glaube ich ich muss noch mal raus machen auf jeden fall es r hop bucking aber mit der etwas engeren dicht lippe wie zum beispiel bei den sh p5 buckings also eigentlich im mehr ausgelegt vielleicht für 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 hpa oder sowas aber ich muss euch sagen dieses mh p5 in kombination von dieser tight fit nozzel funktioniert einfach grandios bedeutet wenn ihr auch ein r hop haben möchtet und eine etwas spitz zulaufende wenn ihr eine nozzel habt oder eine nozzel mit phase habt probiert gerne mal diese hpa buckings die funktionieren je nach hop up kann man teilweise sogar besser von der abdichtung wie die normalen buckings also hier wie gesagt mh p5 r hop bucking drin in 60 shore natürlich das modell soll mit 0,4 und 0,45 g bb funktionieren und da eignet sich so ein r hop einfach am besten dafür also ein r hop so und jetzt kommen wir eben zum adapter wie beim wie gesagt beim g 28 auch schon kennt ihr vielleicht habe ich auch hier jetzt letztendlich so ein ja so ein 3d druck adapter gemacht und dieser weicht aber zum g 28 relativ stark ab bedeutet ihr habt hier seitlich eben diese diese ausbuchtung hier drin für den für dieses verschluss blech das war beim g 28 nicht der fall ihr habt auch hier nicht mehr diese bohrungen drin wie beim g 28 wo ihr diese stahlstrebe hier oder diese federstange noch fest schrauben müsst und das ganze ist eben auch länger damit die feder für die hop up kammer hier im vorderen bereich installiert werden kann innen drin auch diese verschluss warzen habe ich jetzt mal ein bisschen anders konstruiert denn da seht ihr vielleicht die laufen alle mit einer ganz leichten phase zusammen bedeutet hier vorne ein bisschen schlanker und nach hinten wird es ein bisschen breiter damit sich der ganze adapter sehr press reinklemmt und sich absolut null irgendwie verdrehen kann so von der kompatibilität natürlich wie gesagt kompatibel zur neptun ohne irgendwas und ist auch extrem passgenau bedeutet ihr könnt auch beide feder nutzen also nicht nur die die lauffeder sondern auch die kleine feder oben noch mal wenn ihr ein bisschen mehr druck braucht und ihr seht dann sitzt das ding wirklich extrem passgenau drin wartet mal ich mach mal die die feder raus weil das quetscht schon ziemlich stark dann kann ich es auch ein bisschen schöner zeigen also hier die passgenauigkeit von dem 3d druckteil ist perfekt bedeutet auch hier absolut null spiel links rechts die flügel sitzen sauber drin sie kann noch ganz leicht ein bisschen federn sie kann sich aber nicht verdrehen sie kann nicht nach oben gedrückt werden und es passt einfach 1a was ich auch noch getestet habe kompatibilität zum beispiel zur gate ion hopp kammer passt wunderbar kompatibilität auch zu max hopp kammern zu retro arm scan 2 und dementsprechend habe ich jetzt hier letztendlich ein adapter der für alle guten hopp kammern eigentlich geeignet ist was ihr vielleicht jetzt auch sehen könnt wenn ihr das mal vergleicht mit meinen anderen 3d druckteilen das sieht so deutlich geiler aus deutlich sauberer aus denn ich habe diese adapter nicht selbst gedruckt sondern ich habe diese professionell drucken lassen denn es ganz so geil bekomme ich das mit meinem ja mit meinem billig drucker leider nicht hin da war es auch jetzt der fall dass wenn ich nur eins oder zwei beigenommen hätte wäre mich das ganze relativ teuer gekommen und entsprechend habe ich mir jetzt direkt gleich 15 stück davon machen lassen bedeutet wie gesagt ich habe jetzt 15 stück eins brauche ich selber eins hebe ich als ersatz auf ich habe also 13 stück zum abgeben wenn ihr also auch so adapter benötigt schreibt mir einfach eine e mail ich habe entsprechend noch welche da wie gesagt bin ich einfach günstiger gekommen wenn ich mehr gekauft oder mehr habe machen lassen wie wenn ich jetzt nur einen oder zwei hätte drucken lassen so dann nehmen wir mal den upper receiver her denn auch hier können wir uns die passgenauigkeit mal anschauen bedeutet zum installieren muss der verschluss muss zurück oder das verschlussblech also einmal zurückziehen dann einmal den adapter einmal da rein und dann merkt ihr dann geht der butterweich nach vorne rein und wenn jetzt dann hier vorne die verschlusswarzen etwas dicker werden dann müsste ein kleines bisschen stärker drücken oder pressen und dann sitzt das ding aber aufs tausendstel genau sauber drin also ihr habt ihr absolut nur spiel das ding kann weder nach links nach rechts noch nach hoch runter kann nirgendwo hin passt perfekt und auch wenn ihr den verschluss kommen lasst seht ihr ebenfalls fährt hier sauber dran vorbei und fährt sauber in die seitliche aussparung rein so und dann können wir eben her gehen und können direkt unsere hop-up kammer zusammen mit dem lauf hier innen drin installieren und dementsprechend haben wir eben einen sauberen adapter und können das ding anständig mit schweren bbs spielen dann 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 gut leute bevor wir dann gleich so eine kleine zusammenfassung machen werden nochmal zu dem modell geben wir mal ein paar kleine schüsse ab ich habe noch 0,36 g bbs drin von gestern noch vom testen vielleicht noch ein paar kleine punkte vom klangbild ich habe auch gestern noch einen inbus dabei gehabt denn es klang bild fand ich jetzt gerade im vergleich zu anderen modellen leider ja nicht ganz so geil beziehungsweise die gears sind geil eingeschimpft auch nochmal nachkontrolliert die motoreinstellung passt perfekt aber ich habe dennoch irgendwo so ein kleines kreischen oder so ein kleines quietschen und irgendein feder scheppern drauf beziehungsweise irgendwas klingelt immer ein bisschen ich bin mir nicht ganz sicher ob das vielleicht sogar der vorderschaft oder die mündungsbremse ist auf jeden fall klingelt irgendwas klingelt ein kleines bisschen vielleicht sogar die hauptfäde weiß ich noch nicht ihr habt im chrono gerade gesehen 2,3 joule oder 2 doch 2 3 oder 2 4 mit 0,3 und mit 0,45 gramm 2,1 joule also die dmrs dürfen wir eh wenn es eine dmr regelung gibt bis 2,5 spielen dann wäre das noch in ordnung wenn man spielen darf wie gesagt immer ein bisschen beachten also hören wir uns das ding mal ganz kurz an so und empty wie gesagt vom klang her muss ich sagen habe ich schon mit bessere knifften also das irgendwas irgendwas quietscht noch ein bisschen oder kreischt noch ein bisschen keine ahnung wenn ich zeit habe ich mache die shell mal nochmal auf schaue mir das shimming nochmal an vielleicht liegt es aber auch ein kleines bisschen an der federstärke ich meine wenn man eine schwächere feder drin hat natürlich dann drehen die gears schneller der motor braucht ein bisschen weniger kraft dafür vielleicht macht sich das ein kleines bisschen bemerkbar wie gesagt muss ich mir nochmal anschauen ansonsten die motoreinstellung habe ich auch schon probiert bisschen weiter rein bisschen weiter raus ändert sich überhaupt nichts bleibt immer exakt identisch gleich vielleicht aber wo man auch ein bisschen darauf hinweisen muss vielleicht liegt es auch ein bisschen an der gearbox dass der lagersitz nicht zu 100 prozent naja nicht zu 100 prozent passt denn vielleicht ist ja auch die passung von den lagern sage ich mal 0,1 oder 0,2 mm ein bisschen näher zusammen und dadurch ein bisschen weniger zahnspiel drin dass die gears vielleicht ein bisschen reiben oder bisschen zu weit auseinander dass zu viel zahnspiel drin ist denn aus das kann immer zu einem kreischen führen bedeutet wenn ihr auch mal eine gearbox habt und ihr schimmt die perfekt euer motor passt perfekt und ihr könnt euch nicht vorstellen wo das kreischen herkommt dann kann es eben auch an der gearbox shell oder an der shell selbst liegen dass einfach die lager oder die passung von dem lager ein bisschen zu weit auseinander ist habt ihr dann zu viel zahnspiel zwischen den einzelnen gears auch dann kreischt die knifte wie gesagt kann auch hier eben der fall sein denn alles andere passt meiner meinung nach eigentlich perfekt soll und jetzt machen wir eine kleine zusammenfassung gut leute das soll es für heute gewesen sein kleines projekt oder technische übersicht zu dieser m 110 von vfc wie man das ding auch wirklich als dmr nutzen kann nur ihr habt eben gesehen machen wir vielleicht noch mal so eine kleine zusammenfassung fangen wir bei der gearbox an wie gesagt schon darüber gesprochen kauft euch keine ion gearbox wie gesagt das ding ist leider von der kompatibilität auch zu anderen modellen noch nicht ganz so ausgereift wie eine retro arms also wenn ihr euch nicht sicher seid schaut immer eure original gearbox an schaut ob ihr eben ein bolt catch lever mit funktionen habt wenn ja greift dazu retro arms denn die ist wenigstens da kompatibel also da muss geld wie gesagt da muss geld leider noch ein bisschen dazu lernen ich habe auch schon mit geld geschrieben die nächste charge wird dann anders gefräst und überarbeitet wie gesagt die aktuelle würde ich vielleicht nicht unbedingt kaufen der nächste punkt ist dann das perrund das clicker system das feiere ich mega also richtig schön ich habe es euch vorhin glaube ich schon mal ganz kurz gezeigt ihr habt jetzt hier im abzug nur ganz ganz wenig spiel drin ist eben hier ist dieser flat abzug von begadi minimal spiel und habe den richtig definierten druckpunkt mit diesem klick system und wenn ihr dann zieht dann habt ihr einfach einen richtig schönen ja widerstand drin also wie bei einer gbb zum beispiel also gerade bei so einer bei so einer dmr oder wenn ihr halt das gewohnt seid aus dem scharf waffenbereich oder sowas da ist es definitiv eine option dieses efcs system jetzt wer jetzt eher auf speed spielt mit einer kurzwaffe oder so und schnell triggert da würde ich sagen nein da macht euch ein anderes efcs rein oder lasst das klickersystem draußen da geht er auf dem auf dem gate auf dem aster auf dem titan oder auf dem begadi core oder auf dem chef john oder halt das hybrid von perun aber ohne das klicker system damit ihr einfach schön schnell die stück schnell triggern könnt bei solchen modellen wo ihr eher weniger schüsse abgibt oder eher präzise und nicht so rasch da finde ich ist es definitiv eine sehr sehr schöne option also das hat perun hervorragend umgesetzt umgesetzt nicht umgestellt umgesetzt auch die option eben den feuerwahl hebel beziehungsweise die einstellungen je nach feuerwahl hebel anders zu konfigurieren habe ich euch vorhin auch schon angesprochen ihr könnt euren semi modus die elektronik anders aufbauen oder anders konfigurieren wie wenn ihr das ding jetzt auf den nicht vorhandenen full auto modus programmiert bedeutet wollt ihr einfach ein schnelleres abzugsverhalten haben gebt er halt bei full auto auf den semi modus letztendlich mehr precocking drauf wenn ihr ganz normal triggert und das system schonen wollt dann stellt er halt auf auf der semi position zum beispiel precocking aus und die ab ein bisschen höher so könnt ihr eben beide modis einmal programmieren auch wenn es natürlich nur semi only funktioniert das ganze also hier geil gemacht von perun hut ab jakob ist geil gefällt mir sehr sehr gut den einzigen punkt was ich leider bei perun immer noch nicht gut finden wo sie noch mal ein bisschen besser werden könnten das ist leider die verkabelung bedeutet perun verwendet wer es noch nicht weiß verwendet im vergleich zu anderen herstellern sehr sehr weiche silikon kabel und wenn ihr mit denen irgendwo mal ein bisschen hinten beim akku anlegen gegen die gegen das gewinde scheuert oder beim griff drauf schieben irgendwie das kabel minimals im weg ist dann reibt ihr oder reißt ihr euch sofort die isolierung kaputt war einfach viel zu weich also da muss ich sagen das sind die kabel die kabel von den anderen herstellern die einfach ein bisschen ja härter oder robuster sind von der isolierung finde ich deutlich besser wie die von perun gut nächster punkt thema hop up hier wie gesagt jetzt habe ich euch diesen den adapter eben angelegt und der passt natürlich wie arsch auf eimer habe ich euch gezeigt ich habe jetzt auch gestern schon mit dem christ geschrieben die werden wir oder ich habe jetzt die was ich noch übrig hatte habe ich jetzt alle in chris geschickt denn der kümmert sich dann letztendlich um den versand bedeutet wenn ihr so ein adapter braucht für eure m110 könnt ihr direkt beim chris einmal bestellen link haue ich euch irgendwo da unten geschwind rein oder ich habe auch noch ein paar da bloß bei mir könnte ein bisschen länger dauern denn ich habe halt keine verpackung da oder keine so viele kartons da wie gesagt am besten beim chris einfach unten link wenn ihr so einen adapter benötigt und ist dann letztendlich auch zu anderen hop-up kammern kompatibel ich habe sie jetzt angelegt oder ausgelegt eigentlich für die neptun das heißt sie passt natürlich am besten rein aber ihr bekommt auch eine gate ion hop-up kammer rein ihr bekommt eine retro arms rein ihr bekommt eine max rein dementsprechend die kompatibilität zum original adapter natürlich deutlich deutlich besser und ihr müsst nicht hergehen und müsst jetzt euren original irgendwie rumfeilen oder kaputt machen oder sowas könnt also den als ersatz zusammen mit der original hop-up kammer einfach aufheben wenn doch mal benötigt wird ansonsten die neptun funktioniert da drin super auch mit der energie was sie aktuell hat da muss man sagen für die natürlich auch wieder volumen bezogen ihr habt im chrono gesehen mit 0,3 gramm finde ich die energie für eine dmr ist in ordnung davon meistens bis 2,5 spielen wenn es eine dmr regelung gibt auf dem spielfeld da finde ich in ordnung aber ihr habt auch gesehen bei 0,45 natürlich fällt die energie ab auf 2,2,1 bedeutet selbstverständlich wie im review auch angesprochen es ist halt nur eine v2 gearbox drin wir haben einfach zu wenig volumen für die schweren bbs nehmt ihr jetzt 0,36 0,4 ist es in ordnung oder ihr nehmt es halt einfach in kauf dass ihr bei schweren bbs energie verliert da wäre wie gesagt so eine v2.5 gearbox wäre hier vielleicht ein bisschen interessanter gewesen da bin ich mal gespannt da kommt ja das ja glaube ich noch diese hk4 17 von e und c die hat eine v2.5 drin bekommt man bei taiwan kann gibt sie schon und bei begadik hat hat es glaube ich bei der pdb schon zugelassen wie gesagt die müssten das ja noch kommen da bin ich darauf gespannt denn da kann man natürlich deutlich mehr kugel grammatur dann drin verwenden gut leute und das soll es eigentlich soweit gewesen sein die restlichen komponenten sind letztendlich standard nur eben der vfc motor sehr geiler motor fand ich nur eben mit 13 1 und sage ich mal ab 120 oder m 120 aufwärts da tut es sich ein bisschen schwer und es macht sich auch in den strömen bemerkbar bedeutet wollte den original motor drin lassen dann lasst ja auch 18 1 18 1 gears drin ansonsten zieht es drin einfach zu hohe ströme und wird brutal heiß wie gesagt wenn dann drin lassen wollt in ordnung wollt ihr aber schneller untersetzt gehen dann geht er halt auf ja auch so 19 km motor zum beispiel gut das soll es gewesen sein ich meine dass es da hinten nicht mehr verklebt ist wie im review das wisst ihr ja schon alles für das schnell wechselsystem haben wir alles im review angesprochen und eben das tango 6 mache ich euch ein separates video drüber so wollt ihr jetzt noch irgendetwas ergänzen zu diesem video habt ihr auch eine m 110 habt ihr irgendwas anders gemacht habt ihr vielleicht probleme oder sonstiges ihr wisst ja bescheid verwendet jede auf jeden fall immer das kommentarfeld unten egal was loswerden wollt wenn euch das video gefallen hat like abu und vielleicht eine mitgliedschaft auf patreon da lassen würde mich mega drüber freuen und wir sehen uns nächste woche zum nächsten video bis dahin macht's gut bis zum nächsten video à